jetzt muss ich meinen teleporter ja ja bis die türme da platt gemacht ja bei mir sind die norm leuchten deswegen das liegt ja noch mal punkte so hat schon hat angeschaut wird aussieht wünsche ich auch du hättest sowas nein ja dann ist es auch irgendwie besser ein kleister kreis abpferd ich muss machen ja 283 endlich zusammen sehen aber ich habe alle meine waffen auf der bezehnen hat es geschafft lang genug gedacht durch das an leute ein elixier ein pumpen schwaches elixiert dritten auge ist eine ausweich chancen genauso hat bei euch so haben wir noch ein paar türme was hat mich nicht hier in der nähe ja das müssen in der tür in den türen müssen dann nicht die schreien in der nähe sein wir lernen den dingen halten ich muss ja auch ich habe noch nicht mit skin von meiner axt geänderten drei die glocke der leute die glocke kaputt gemacht ich bin noch nicht bereit ich muss warten nur wissen du schon wieder ich werde dich finden dass man nicht ankommen ich sehe wo du bist ich komme dahin nein warte ich komme ja auch diese gegner zu töten und dass das ganz ohne mich dann war irgendwie alle über schnell gestorben beide schatzkoppel und ab ich bin eigentlich vorbeigelaufen verdammt ich bin noch nicht bereit steht immer wenn ich erfahrung wenn ich erfahrung steht dann wie viel hat noch dauert ganz schön dagegen gerade waren da noch mehr wie viele machte stiefel dass noch einer ich kann einfach durch das eis durch ich habe den weg getreten dann ist eine gute idee ich habe ihn vermagter ring ganz schön viel von den orangenen dinger da bin ich denn jetzt aufgestiegen da gibt es überhaupt kein sinn das system aber das ist ja für geld noch großhaften herz haben sogar mal ein gutes fallen gelassen da oben links ist noch ein turm aber ich glaube ich habe es erreicht level 10 ich kann jetzt hier aufleveln wieder ich hatte nicht mal die hälfte um das gar nicht angezeigt wird mir wird nichts angezeigt ja jetzt wird auch nicht dann die erfahrung aber vor mir ist aber auch nichts irgendwie auch ich muss jetzt habe ich auf einmal das maximum reicht das irgendwann ich weiß nicht wieso ich habe nicht bemerkt wo irgendwie noch dauert stand ja da ist immer links so weit aufgetaucht wenn erfahrungspunkte gekriegt hat nachdem ich so ein turm abgeschlossen hast aber gibt das kein sinn das war gerade mal so die hälfte das hat eine menge bekommen ich habe nur ein turm gemacht um das zu tun aber dieser turm hat gezählt die leute irgendwie hast du dir haben wir aufgeben die weg da kann man es ja wieder albtraum dann sind wir bereit für level 46 das ich mal irgendwo darf ich mal irgendwo hier level ein kollege da kann ich auch zu level danke ja was level ich nicht gut frage ich habe eine glühfe aber bringt mir nicht viel ich habe hier nichts aktiviert so gut wie ja wo gehe ich dann lagen hier 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 oder gehe ich hier an 1 2 3 4 6 7 8 9 und dann gehe ich direkt hier lang mein gott hier lang wo ich mir die glühfe noch genug punkte haben glaube ich so stufe 46 ich sagte mir war ein jahr von monster regeneration ein blase wir stehen blutung mit stadt klingt nicht so hat klingt nicht so schrecklich ja vorher schaden und so nein ja du kriegst mich nicht ja ich bin durchs portal gegangen ich bin wollte durchs portal springen aber ich war weg ich bin in anderen dimension und meine so im shop lass mich mal gucken und die leute hier alles verkaufen wie es hier so valentine's day sale oder so aber ich weiß nicht ob das irgendwie hier mit dem shop was zu tun hat oder dem blizzard shop ja das ist ja sie ist ja ein gelben punkt auf der karte bin ich da dann ich merke einem schnell diesen schnell regen menü kann man auch dann schon verlassen auswählen ich mache die ganze zeit auf der karte ja das geht auch der ist in kirchistan in der mitte irgendwo links also mein gott der wegpunkt ist darüber versuch 15 prozent mehr physischen schaden da habe ich denn schon falsche physischer schaden schaden durch physische angriffe 212 prozent das ist krass ich bin extra drauf geskillt entschuldige weil er hat er noch einen normalen axtangriff gemacht ich habe genau gesehen ich weiß auch nie wie genau gesehen einfach nur so und dann war ich weg ganz normale axtangriff ja schon wieder ich glaube wir sollten uns zurückziehen hier hier steht auch hinter und hinterhalte auf die kleinen mit den nächsten auf diesem lebensgefährlich ich muss machen zum herr so harald der mutter selbstmörder ich brauche habe so klar wird nein für die ratten du war wirst nicht nein ich habe die gerettet auf ihre seite ich bin gespannt wenn mich der kleine erst mal umbringen also der vorteil ich muss nicht mit denen im nahkampf geht weil ich auch nicht so von den ecken o gott da sind viele dann ist das wird auch ich hab nur das geräusch von so einer axt gehört irgendwie zum wellen angekommen boden warum so viel schaden ich habe mich darum gebracht hat mich umgebracht und du auch von dem sensi anscheinend ja wahrscheinlich der exakt gleiche angriff meine güte ich brauche zeit um das zu tun welche gegner menge gehen als erstes rein ich bin noch nicht war ein bisschen zurück meine gegner haben die andere seite der kleine kam direkt auf mich zu dann kommt noch nicht auf die ecke ich war die zwei wänden der gefallen okay die tätig ich gehe mal weg da sind wir blut lassen aber naja nicht die anderen auch noch triggern ich bin tot also auch da sind zwei blutglasen und der apport zu break sie kommen ganz langsam auf die sucht die weg das gelächter sind gerade in den anderen raum da reingegangen die gegner töten von so einem meister der meister der schiebt euch bald in der august dann geht da warum die banken von dem hat vielleicht noch nicht aber ich hatte nicht den getötet der angegriffen ich habe den volle kann eingesteckt und dann wenn er von dem angefertigt getötet die ich habe mich voll mit den teilen erwischt hier und die welle die ist durch mich getroffen nur die axt hat mich getroffen die welle hatte ich dann würde ich frage lieber nicht ich weiß es auch nicht dann muss er dir in der auflage aufnahme mal da habe ich da jedenfalls gesehen die angst ich volle kann er bestehen die welle hat sich dann gekehrt weil der feuer empfindlich ok ich bin noch nicht stelle weg nein schon wieder feuer wenn man schießt auf mich ich habe gewährt einfach mal ich bin auch nicht wenn ich was für eine fette war ich muss ja weg da ich muss ja weg dann ist doch die druckwelle daniel ja okay habe ich bemerkt ich wollte die mit der druckwelle ich habe mich mitbekommen da hat jetzt nicht wieder weit scheiße sagen wir den ball hat ja schon wieder feuer direkt mit einem feuer ich bin noch nicht ich war aus der reichworte von dem ding ich stand auch voll aus der reichweite von dem feuerball ist noch weiter gegangen die reichweite ja ich kann aber gar nicht wegen dem machen ich kann mich denn gar nicht näher nicht auch nicht der kommt aber direkt auf mich zu hier aus auf herren angriffe ja aber ich kann er trifft mich aus allen winkeln ja noch am leben er bringt die distanz angriffe bringen ja nicht viel dann hier wenn der auf dich zu sondern nehme ich sehr gar nichts mehr auf der karte ja ich hab den gekillt ja 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 ich bin ich bin da ein heiliges schwert ja 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 man hat nach dem gegner also explosion ist eine feuerkugel die explodiert und die macht schaden extrem ja wir haben hp balken gehabt ja die ganze kaputt machen die lebensbalken waren aber zwei stück ich mache dem so gut wie keinen schaden bei mir sind keine gegner ich mache den viel zu wenig schaden der kampf den überlebt wenn nicht der elite gegner ist hier da ist jetzt hier vorbei gerannt also dass wir zurückgesprochen er ist zurückgegangen ist derjenige die feuerkugel ich wollte denn hier cool in dem raum auch gott nicht praktisch ist die wenigstagen bergament ich habe ihn vor jahrzehnten er war es der meine bewerbung für das heiligtum ablehnte macht hungrig und rücksichtslos das war ich auch dieser ablehnung war ein geschenk den weg gewesen und mich ermutigt kühnere mentoren zu suchen ich bin so was man tot ich gehe zurück ich gehe ich gehe in früh rente ja ich werde natürlich überleben genau so habe ich mir vorgestellt mein gott hat okay die hälfte von denen ist wieder zurück ziemlich weit weg gerannt der teleportiert sich zu mir und schon ist er jetzt wieder weg ich weiß nicht was ich da in der situation machen soll er sich ich habe einen plan ich stürme da rein macht viel schaden dann gehe ich wieder vielleicht in ein paar sachen tot wenn ich wieder raus gehe da kommen sie schon lauf teleportieren ja der eine kann sich teleportieren ungefähr zwei drei leute hier auch gott ich habe mir ich glaube das schaffen wir nicht ich muss warten mit der konstellation da also ein bisschen zu krass da war noch welche anscheinend da ist mir gleich ich stimme jetzt da rein wie sagt am modus an sturmangriff also los ich bin tot so viel dazu ich habe einen gegner erledigt ich weiß nicht ob das ein großer war Mein Name ist Andy WP und das ist Jackass Okay Da war ein bisschen krass mit der konstellation Oh Gott Nehmen wir mal zu so einer Legion oder zwei Minuten War auch schon lange mal gemacht Ein bisschen Frust auslassen Erwartet nur bis wir level 100 sind Aber nicht damit fertig Hierher Das kann ich hier Aber die sind doch gar nicht Natürlich wäre man fertig Ob es Ich meine Pferd abgestiegen Diese Stolpersteine in unserem Weg Sie müssen weg Ich bin ja bei der Legion Eine Minute, anderthalb Minute noch Ich sag mal meine Sachen Mythos Ewiger Mythos Wenn ich gerade schon getroffen Ich hab schon getroffen mit mir Ja Okay Mal ich noch eine Minute Ja 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 Ich muss mal ein weiterer So ich denke mal einen neuen Elixier Neuen neuen Trank Elixier was immer In ein frei Nein Feuerwehrstander hätte ich gerade mit benutzen müssen Den hatte ich ja benutzt aber da hat mich viel gebracht ne Schwaches Elixier des dritten Auge ist Frag mich wie man stärkere Elixiere herstellen kann Ich glaube allerdings einfach ne Und tränke ich mir aber nie Da steht aber irgendwie nie was davon Ja oder aber halt was fest wird als schwache tränke halt ne Ich sehe man die heißen einfach nur normale tränke oder irgendwas Ich sehe man noch besser als was wir jetzt benutzen nehme ich an Ich muss warten Ich bin noch nicht bereit Na seite schneller 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 Ich bin noch nicht bereit Ich täte ihn ich täte ihn Ich leiste meinen beitrag Tau von getroffen Ja 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 Oh Not months get Nelson big 2 auch den zweiten schrattet ich trete immer weiter weg nein es ist einfach so weit weggetreten ist ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht bereit ich muss warten ja er hat schon gemacht die region kommen dann auch ich bin noch nicht bereit bleibt man fährt weg gemacht ja nicht noch mehr von diesen vier geschafft wer hat das gedacht man tut da immer noch so ein kleiner gegner mal auftauchen der hier so das weiß ich zu schätzen ich will mal in diese quest reingehen über bekommen haben von lewes dungeon gab es hat dann den verstand verloren dazu auf den band das zugehört die leute halten sich für verrückt wenn du mit ihnen kommuniziert immer in die christen klick mal was ich will mal sehen du kommst natürlich mit und in der albtraum dann ist es wo wir reingehen da sind die gegner auch level 100 oder 99 von daher aber das ist schon über 100 dann ist 100 plus dann wissen wir noch nicht dass doch mal da reingehen was doch mal gucken content ja weil so viele leute dass ich ein blut blüten ich habe gefühle die lade bildschirm guck mal was hier so los naik was abgeschlossen fahrt zum hass du kannst natürlich besiegen muss doch mal gucken berum und ehre und der verdreckt ich bin auch nicht bereit ich will es auch gar nicht wissen du bist doch bestimmt auch ein bisschen neugierig egal was da am ende ist es wird uns um und das hasse ist wir sind da passiert ich bin tot okay jetzt wissen was jetzt mal wieder geben ja man muss sich doch mal antasten und so gucken dass wir als zoro gegen myork gekämpft haben wir müssen halt gucken wie weit der abstand ist nein der abstand kann ihrem leben so groß sein frau stimmen erkenne wie groß die welt ist ich bin james let's send those women back to the dark ages where they belong to hey if you're racist and you know clap your hands stand up comedian ja schon mal gehört zu schermen einen klatschen der waterfakt okay hat aber ja noch für alter und dann schönste einige winds hier einfahren heute dieser zucker mann und ziermann schotter die tut uns man schatten die war die 100 oder über 100 plus glaube ich ja eine sekunde ich bin euch da ich bin euch da wo wir mal noch ein abtum landen hat haben wir einfach 46 45 45 los geht los geht los geht eine reine reine reiner jetzt 45 locker das gemeint wäre ein speedrun fertig sie zu gegner da wir werden gleich alt tot sein ich bin aufgestiegen ich habe schon wieder die schattenblase gekillt ich bin aufgestiegen ich habe schon wieder die schattenblase gekillt also mit einem blasenproblem dort habe ich irgendwann mit welches kraft aktiviert werden muss ich habe da ist ein schatzkoppel nein ja ich muss bei dem fest einfach gar keinen schaden macht aber ich bin tot ich habe den blöden ich muss warten wenn ich da in andere richtung andere richtung oh mein gott geht aber nicht so weit rein ich renne weg nur ein frankmann weg ah ich bin weg ah ah ich bin weg ah ah hat gesagt weg ja ich habe die halbe dann ist der durchgelt jetzt war eine sehr ungewöhnliche stelle gerade betreibt ein sturm aus feuer wenn es auf mich ja niedergehagelt in der blase ich bin betreibt ich bin betreibt ich muss warten vielleicht sollten wir etwas kleiner trägt mit den albtraum tangens nein nur gott sehr unsicher war ich muss machen da war ich jemals ein gift daraus die heulende horte aber auch immer war ok unsere chancen die 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 ja ich muss was wir wurden getrennt ja sicher ist auch so oder so sterben auch wenn wir jetzt hier helfen so lange hat ihn nämlich immer ich bin auch nicht bereit da war eine menge gegen auf einen oh gott ich bin auch nicht ich habe mich boah ich hab mich doch direkt ich muss sie alle zueinander gezogen ich habe die direkt weggetreten oh mein gott die hat sogar überlebt manchmal bestützt man die leute und die tun trotzdem folgen am ende hallo na wo was du denn eigentlich ich muss warten ich glaube wir müssen was da machen das war so ein kürzer teffern Oh Ich bin Coiler aber das leben durch wehen ist ja niemals ich muss warten die gefühle haben wir in der wand aufgestellt von uns geschützt werden ich bin noch nicht bereit richtig ich schreibe ich weiß nicht das war ja geht doch noch hier ich muss ja nein diese blitztürme ich brauche zeit um das zu tun ein register ich sehe gerade voll konzentriert ich habe reden wird also kein bock hier drauf ich habe wenigstens Ah, blöde Idee Oh, das war nichts Hey, yo Ich bin betreut nach Wasser Ich war nicht so ein helldingen No, die ist noch wieder Ich bin mir Mirkoß Ich bin mir mirkoß Ich bin mirkoß Ich bin mirkoß Ich bin mirkoß Oh, das war nicht Ich brauche mehr zu Ich brauche mehr zu Du bist mir man sagt uns noch an dass ein geist der geist gab uns aber noch an irgendwie nur die ganze an der stelle kommen der dicke da kann nichts einfach auf abstand der ist voll langsam das ist ja kein schaden nehmen ist auch schon fast gut du warst nein noch keinen schaden letztendlich wird alles sterben eines tages sterben wir alle